Das war wunderschön. Und die kleinen Mäuschen wieder gelaufen sind und so weiter. Das war so lieb gewesen. Ja. Das hat sich gelohnt. Jetzt werde ich mir erstmal ausziehen, was mir jetzt so warm ist, Günther. Ja, ja, klar. Jedenfalls hat sich das gelohnt. Ich bin dankbar, dass ich das machen durfte. So. Viel Zeit, sich von ihrer weihnachtlichen Mission auszuruhen, bleibt den Brüdern nicht. Die Fassade der Autoverwertung soll dieses Jahr besonders aufwendig geschmückt werden. Uwe hat dafür eine Hebebühne organisiert. Sieht ja gut aus, das Gerät. Na mal, Fritz. Für die Weihnachtsdeko habe ich mir das richtige Ding hier mitgebracht, das richtige Gerät, wa? Da müssen wir bis oben hinkommen, wa? Auf jeden Fall. Da probieren wir nachher mal aus. Kommt Peter auch runter. Na, Uwe, hast ein Spielzeug wieder für dir? Ja, das richtige Spielzeug mitgebracht. Nachher mal ausruhen, ob ich das Ding aufs Werk komme. Ja. Fahren tut er super hier, wie so ein kleiner Kinderwagen. Da kommt noch ein Sprinter. Oh, komm, wir wollen aufkommen. Ach, da kommt noch jemand. Das sind die bestellten Sachen. Ach, die bestellten Sachen. Das ist das Christkindchen. Ja, das ist ja. Ja, so. Hallo. Hallo, Mädels. Guten Morgen. Ich bin der Manni. Ich bin der Peter. Ich bin der Uwe. Hi. Guten Morgen. Peter. Ich bin der Peter auch. Wunderschöner Name. Sehr schöner Name. So, ich bring euren Weihnachtsschmuck. Ja, schön. Da musst du es auch mal angucken. Ja. Das ist wie ein Weihnachtsmann. Ein Weihnachtsmann. Manni, du bist ja da drin schon. Ein Riesenschlitten. Ja. Fantastisch. Ja, das sieht gut aus, wa? Ja. Sterne für die Fenster. Ja, die nehme ich nach oben. Die mache ich selbst dann fertig. Ja, richtig. Und jede Menge Lichterketten, natürlich. Oh, oh, Manfred, da kriegen wir mal einiges zu tun, wa? Ja. So. Helfen wir mal. Was soll ich bei auf dem BMW? Nee, erstmal hier direkt einen drauflegen. Wir müssen mal ausprobieren, wie das funktioniert. Wenn wir mit den Dingen hier haben. Ach, ja. Ja, super. Sehr gut. Na ja, dann wollen wir mal das Ding ausprobieren. Fahren wir doch mal. Mal gucken, wie der funktioniert. Ja, soll ich den Arm machen? Ja, Schlüssel. So, Peter, komm mal mit. Ja. Ich zeig dir mal was. Ich hab nämlich auch noch Sachen mitgebracht, die wir von innen an die Fenster hängen können. Die Bedienung ist auch... Bestimmt eine super Aufgabe für dich. Ach, wunderschön. Gebe ich den mal mit. Legen wir erstmal hier rauf. Fantastisch. Oh, voll richtig. Das ist der Ast rein. Das werde ich gleich nachher machen. Die sind schön. Wunderschön. Da sind andere Ballen. Hiervon hab ich auch noch welche. Ach, fantastisch. Mit Schlitten. Der Weihnachtsmann im Schlitten. Das ist der Mann für den Peter im Schlitten. Herr Peter, wir fangen jetzt da oben an. Wir waren da oben gerade noch Schlitten. Du bist jetzt 55 Jahre. Hast dauernd mit dem Kreislauf. Kreislauf-Tabletten. Das ist doch scheißegal. Manni, der geht mir nicht höher bis zu das Wort Autoverwertung an diesen Fenstern. Ich glaube, was soll ich machen da oben? Ich werde mir was überlegen. Was soll ich überlegen? Ich werde überlegen. Ja, fangen wir an der Seite vielleicht an. Ja, hier an der Seite und so weiter. Aber von hier um die Ecke. Dann fang mal ruck mal zurück und dann fangst du sein Auto zu schmücken. Der Manni kann mir hier ein paar Sterne mit hochgeben. Mach ich. Günter, Tür auf. Ich bin ja schon unterwegs. Ich bin schwer beladen. Vorsicht Günter, ich bin ganz schwer beladen. Wir müssen aufpassen, dass die Jungs kein Blödsinn bauen. Der Manni soll auch aufpassen. Nicht zu hoch. Ich geh jetzt zum Oberhals. Ich halte mal vor. Ich würde vielleicht die Feuerwehr nachher mal anrufen. Ja? Ob die die Leiter stellen können. Unsere Feuerwehr ist ja sehr gut. Die sind sehr gut. Unser Feuerwehr ist lieb. Ja. Und ordentlich. Ja, auf jeden Fall. Machen wir nachher, gell? Okay, bitte da mal unten. Okay, bis nachher. Tschüssi. Mal gespannt, ob die Zeit haben. Ja, guten Tag, hier ist der Peter. Ja, wir brauchten euch Weihnachtsvorbereitungen. Dekorateur Peter und Uwe machen sich ans Werk. Doch Uwe, dem es normalerweise nicht wild genug sein kann, bekommt in 5 Meter Höhe plötzlich Angst und will wieder runter. Früher war das anders. Früher war das anders. Früher war das anders. Vor 25, 25 Jahren, da waren teilweise auf die alten Fabrikschonsseien und alles immer drauf gestiegen. 60, 70 Meter hoch, 80 Meter hoch war gar nichts gewesen. Aber heute, wenn du da oben an der Kante war, dann wackeln wir wirklich langsam die Knie. Dann kriegst du langsam den Kreislauf. Dann kriegst du das Mobeln. Ja, ich muss mal, ich glaube, ich geh mal telefonieren. Ja. Telefonieren? Ja, normalerweise geht er telefonieren. Ich geh mal telefonieren. Ihr könnt euch ja vielleicht schon nochmal vertraut machen, auch nochmal ein bisschen rauf und runter fahren. Ja. Dann gewöhnt sie dich da drin. Ja, normal bist du dafür, zu rauf und runter fahren. Sollst du es ja lernen. So, ich geh jetzt mal telefonieren. Geh mal telefonieren, ja. Dann war das Ding hier im Griff krieger. Ja, normal hab ich keine Höhenangst, aber man weiß ja nicht, ich war ja noch nicht hoch. Ich geh gerne ja auch auf die Berge und so. Also früher hier, da war sowas hier im Kinderspiel. Aber heute, da merkt man direkt da oben, kriegst du direkt, wenn du umso dichter du höher kommst, dann meinst du, oh ja, ich geh schnell wieder runter. Am besten unten bleiben. Okay, alles klar, bis nachher. Tschö. So, jetzt hab ich zwei Kumpels angerufen. Die sind auch Lichterketten-Spezialisten. Und die kommen da oben rauf, oder? Die haben aber überhaupt keine Höhenangst. Naja, dann würde ich sagen, wir fangen mit den Schritten her an. Ja, dann lass uns mal, wir holen den Schlitten schon mal raus, bis die da sind. Wir holen ihn raus, hast du recht. Blicken wir mal los, ja. Ich hab nur Angst um diese Knochen. Wir haben Familienzusammenhalt. Und dann, das hört nicht aus vor der Tür oder hier drinnen. Das gehört immer dazu. Ich pass genau auf, dass hier nichts passiert bei den Borschen. Die sind nicht gleichgültig bis zum Gehtnichtnummer. Das ist die ganze Sache. Äh, Peter? Ja? Du hast da die schönen bunten Sterne da liegen. Kannst du dich mal einarmachen und mir zeigen, wie das aussieht? Das gab es Salat, nein. Nein, nein, ich käm hier aus. Super. So, dann wollen wir mal gucken. Ich muss nur mal die Biele fragen. So. Sieht das nicht gut aus? Das sieht spitze aus. Fantastisch. Guck mal, das sieht noch besser aus. Ja, so kannst du rumlaufen. Und so kann man, wenn man bedient, fröhliche Ostern, äh, fröhliche Weihnachten. Das hört bei dir gar nicht auf, das merkt man gar nicht. Kannst du ruhig so gehen. So, schön, gell? Ja, das sieht gut aus. Zurück bei den Ludolfs. Die Brüder sind im Weihnachtsfieber. Heute soll das Haus geschmückt werden. Doch Uwe hat Höhenangst und traut sich nicht auf die Hebebühne. So mal, Fred, den müssen wir hier auf den Mercedes kriegen. Wir haben da hinten ein paar Jungs kommen lassen, die machen die obere Sachen. Ja, weil dir die Knie wackeln, richtig? Und die haben auch weiche Knie. Schön, dass ihr da seid. Die Jungs, die kann man einfach echt nicht auf den Kran schicken. Die haben da wirklich Angst rum auf dem Kran. Ja, wir helfen euch jetzt nicht. Ich bin der Manni. Ich bin der Manni. Ich bin der Manni. Ich bin der Manni. Sie wackeln die Knie. Der schießt da drauf, oder was? Also wir haben weiche Knie. Also wir haben weiche Knie. Aber unten ist schöner, richtig? Aber unten ist schöner. Wir machen die Unterlegung. Ja. Ja, deswegen habe ich gemerkt. Wir sind vor unten. So, dann wollen wir gucken, wie das aussieht hier. Erst mal das Licht. So. Wollen wir es zukleben. So. Frau Günther? Gefällt es dir? Also gefallen tut er mir schon. Nur ich würde sagen, du musst ihn andersrum drehen. Der muss ja nach außen leuchten. Nein. Doch. Nein. Die sollen nicht die Bären sehen. Die sollen den Sternen glänzen sehen. Nein. Du musst nach außen leuchten. Da kannst du kontrollieren. Das wollen wir sehen. Guten Tag. Ich bin der Peter. Wir können uns ja noch nicht. Na, was machen die Jungs da? Ach, den Peter kennen wir. Wir haben uns schon ein paar Hand gedrückt. Das ist super. Wir können auch einsetzen, Peter. Ja, da kannst du hier runterfahren mit. Treppe runter runter. Aber so gemein bin ich ja nicht. Da tust du dem Schlitten nicht an. Nein. Aber hier kannst du auch drauf sitzen. Ja. Da ja. Mal ausprobieren, was hält. Und der schlägt dann immer sanft von unten an die Glöten. Alles klar. Und dann hast du den Uwe. Den Uwe mit den geilen Bocken. Dann kriegst du Gefühle, Peter. Du, du. Ich will mal gucken. Ich bin gerade auch an Schmücken. Ich habe einen Stern dran gemacht. Hast du dran gemacht? Mal gucken, ob es richtig ist. Von draußen? Vom Fenster? Ja. Ob es klappt oder ob es einen Falz angehoben hat. Wir gucken mal von draußen. Mal gucken. Ach, Peter. Da hast du irgendwas verkehrt gemacht. Das hängt doch verkehrt rum. Da ist doch mal für die Leute zum Sehnen und nicht die Pappe. Das ist doch irgendwie scheiße. Da gehe ich anders rum. Ja, doch. Der muss anders rum. Günter guckt schon. Haha. So, ich gehe mal gucken. Er kommt von so einem Fusselbad durch die Gegend. Peter, dreh es um. Ich gucke, ob es richtig macht. Er muss nach außen. Die Leute wollen was sehen. Sehen kannst du, wenn du draußen wo die Tür stellst. Sieht ja blöde unten aus, Günterchen. Und wer hatte recht? Du, aber hier drinnen sieht das für uns schöner aus. Jetzt soll das für draußen sein. Ach, draußen. Für draußen. Scheißdreck. Braucht nicht umhängen. Zack. So besser? So ist es gut, richtig. So, Uwe. Hier wird der verkehrt rumgedreht, auf verkehrter Seite. Kommt einer vorbei. Sieht gut aus, wir haben einen Frett. Ja. Ja, wir haben den Arsch mal weg. Das fährt die Kleine uns den Arsch ab. Ja, ja. Die würde ich gerne für den Schlitten nehmen, was? Aber warte mal, aber warte mal, junger Mann. Was denn jetzt? Ich lasse mich doch nicht verarschen. Ich weiß. Ich will auch ein schönes Arsch. Irgendwann zum zweiten Pfund in den Arsch. Das machen wir mal hier. Ja, ja. Das machen wir mal hier. Und dann wollen wir hoffen, dass ja auch eine Leuchte aufgeht. Und nicht nur vom Stern aus. Die ist immer eine Leuchte auf. Na, manchmal dauert es ein bisschen. Dann ist das. Wenn man das so sieht. Ich habe mal jetzt eine Strecke mitgebracht. Peter hat für die Dekorationsarbeiten Unterstützung angefordert. Und die rückt jetzt mit schweren Geräten an. Die Feuerwehr ist da. Ich gehe mal runter. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt kommen die richtigen Leute. Jetzt muss es klappen. Guten Tag. Ich bin der Manni. Hi Manni. Guten Tag. Guten Tag. Schönes Gerät. Also wir würden unheimlich gern die Lichterkette, die wir da schon angefangen haben, aber wir sind zu schwindelig. Oben schön über den Fiers drüber, an der Ecke wieder runter und hier unten können wir dann übernehmen. Das ist doch mal ein artlicher Kragen, oder? Das meine ich aber auch, gell? Jetzt zeigen wir mal, da könnte ich oben. Das sind Spezialisten. Super sind sie. Das ist ein schöner Feuerwehrwagen. Unsere Feuerwehr aus Dierdorf, Westerwald. Das sind gute, perfekte Männer. Fantastisch, gell, Uwe? Ja, da war es so schön, dass jeder die Feuerwehr geholt hat. Das hätten wir da oben schwer Probleme bekommen. Da oben hätten wir ja nichts zu beleuchten können. Also, und die Leute können schon da oben was. Na Jungs, ihr macht das gut da oben. Jetzt, so sieht es ja besser aus wie vorher. Romantisch, nur Weihnachten wird gefeiert, in Lichtermeer. Warte mal, das wird immer besser, hast du ja gesehen, alleine die Tiere werden festgemacht. Dann kommen hier noch mehr Lichter, innen drin wird ausgespült, mehr gefältert. Wunderbar. So, ich muss nur gucken, dass Jungs da ja auch wieder heimkommt. Hatte gute Arbeit geleistet. Also, Spitzler. Das ist ja. Muss ich eine Hand draufgeben. Ja, fertig. Klasse. Ja, danke. Nochmal. Das sieht doch geil aus. Das sieht doch geil aus. Das sieht man, was das werden soll. Ja, jetzt, ja. Von meiner Schwester, der Mann, ist der Oberlacher Feuerwehr. Freiwillige oder der Vater, der ist ja tot, der ist ja verbrannt. Aber macht bei der Feuerwehr alles. Und dann in der Feuerwehr tut er noch spielen und so weiter, die Kapelle und so weiter, oder? Der Dieter, unser Schwager. Deswegen sage ich, unsere Feuerwehr in Westerwald ist, für mich hat die Beste. Ist sie eben. Dankeschön. Super Arbeit. Wenn ihr das nicht macht, wer soll das nicht machen? Ja, wirklich super. Ja, richtig. Super Jungs. Macht's gut, sehr gut. Haben die Jungs wirklich schön gemacht, gell? Das Haus ist geschmückt, aber das Wichtigste fehlt noch, der Weihnachtsbaum. Manni und Uwe fahren in den Wald, um ein besonders schönes Exemplar zu suchen. Auch das hat bei den Ludolfs Tradition. Hier in der Westerwald, in den meisten Gemeinden, steht jedem Bürger ein Weihnachtsbaum zu. Kostenlos. Ja, aber keine Edeltaner muss man ein bisschen beizahlen, aber das sind normale Tannenbaume. Und jeder Bürger darf sich einen Baum selber schlagen. Am besten muss der nicht zu lang sein. 1,90 Meter und buschig. Ziemlich, äh, nicht zu buschig. Manfred, das geht nicht. Sonst kommen wir da nicht hin, wo der Peter sitzt. Stimmt, stutzt sich dann weg. Den kriegst du von Peter ein. Das ist egal, er wird buschig. Und da muss es ziemlich voll sein, gleichmäßig. Ja, buschig. Der ist hier wieder zu leer. Das ist nicht buschig. Der ist ein ziemlich... Manfred, was wird das hier, so ein kleiner hier? Nee. Nee. Nee? Nee. So, da wollen wir die Plätzchen anfangen. Erst mal die Eier. Wir sehen, ob das so klappt. Ich muss jetzt hier das Allgelb nur reintun und das andere wegschmeißen nicht, sondern essen wir so und so. Aber das tut man nur Allgelb rein, wegen die Plätzchen, dass sie schön feste werden und locker. Also in eins, also schön lecker werden. Wie bei einem Italiener. Der tut auch mit dem Teich irgendwie zu leben. Doch, hört schon was. Aber das ist klebrige Zeug. Ich könnte Autospachtel damit machen. Manche Frauen müssen 60, 70 mal so viel machen. Tut mir leid. Langsam, da pickt der kleine Schweinehund hier. Ich muss von der anderen warten. Der tut mir Ärger an. Der pickt mich auch. Ja, das ist das. Das ist das. Aber der pickt... Oh, Aua. Er pickt, aber Aua. So, meine Hand, unser Baum. Hey, meine Sägeblatt hast du kaputt. Du hast ganz andersrum, soll ich machen. Ich säg noch mal ein bisschen nach. Absegen, ja. Siehst du. Du hast mir nicht gut gesägt. Du hast doch gesägt. Wie ein Biber schindet. Siehst du, wie ein Biber schindet. Sag mal her, ist sie noch krank? Gib mal her, geh mal was gucken. Gib doch mal her. Die ist noch ganz... Hey, du alter Knick, ich muss den schweren Baum schleppen. Aua, der sch... Ich nehme eine schwere Säge schon mit Manfred. Zeig mal, was du kannst. Und ab jetzt, Jung. Komm, hieß ein Hase jetzt. Wie schön der geworden ist. Weißt du noch, wie war die Mutti hier? Aber die Mutti soll sehen, dass wir es auch weitermachen, gell? Ganz genau. So, das kann dann auch auf dem Blech. Schön. So, er ist fertig. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Du, Uwe, der Schlepp... Ich bin noch anstellt, ich bin die schwere Säge und das ist ein Baumschlepp. Du bist der Faule. Der hat mit Faulen nichts zu tun. Doch. Einer muss ja überlegen, was der andere machen soll. Sehr gut. So, Manfred. Klappe zu, die Blechner lassen wir hier, da ist alles Dünger wieder. So, Manfred, wir können ein paar auch. Sehr gut. Na, du siehst ja richtig fertig aus. Das kannst du dir vorstellen. Bin auch fertig. Das Kneten. Das ist schlimmer wie Schwerarbeit. Und das müssen die Frauen machen. Und ich mache nur so wenige Kekse. Mir tun wirklich die Frauen leid. Hochachtung, Hochachtung für die Frauen. Was die Feste machen, das ist fast unmöglich. Das arme Geschlecht ist richtig stark. Das ist mal was anderes. Das ist mal was. Na, ihr Säcke, wo wart ihr denn? Na, hier. Jetzt mal ein bisschen schütteln. Boah, ist ja groß. Oben die spitze Kuppe. Viel größer, da kommst du überhaupt nicht ran, du kleiner Zwerg. Ist doch geil, wa? Geil. War nicht so schön. Absolut geil. Und auch einige Masse voll. Habt ihr einen? Da war der Uwe. Was hat der gemacht? Uwe, Peter hat ihn kaputt gemacht. Peter macht doch alles kaputt. Ja. Wir bringen ja mit der Vira an. Der hat ihn kaputt. Musst du alles kaputt machen. Nee, der hat ihn kaputt gemacht. Guck dir mal an, ist das schön, wa? Ja, ist das wunderschön. Ja, wir haben auch fast zwei Stunden an dem Baum gesucht, wa? Die Froschung schön, wa? Wie so ein Mann, wie das riecht. Richtig nach Weihnachten. Ja. Morgen ist Heiligabend und die Brüder haben zehn Verwandte zum Essen eingeladen. Peter muss heute noch den Rotkohl zubereiten, denn er will sie streng an das Rezept seiner Mutter halten. Die war der Meinung, dass Rotkohl nie aus dem Glas kommen darf und mindestens 24 Stunden köcheln muss. Das ist Arbeit für Verrückte. Das Weihnachtsfest ist ein hartes Fest. Ist das ein Zeits? Das ist was für Gefangene. Ein Knast. Hört ihr mal her, da. Das waren alle so Zoffen. Bei Muttern gab es das ja auch so lecker. Aber fertig, ich brauch's ja nicht machen. So baller war ich ja nicht. Da hab ich's gegessen gerne. Lecker. Ich will's ja auch machen. Aber ich bin noch nicht so sicher mit dem harten Zeug da. Mann, die Frauen, die tun mir leid. Erst beim Plätzchen parken, dann da. Das ist ja eine Knochenarbeit. Aber ich bin ja naturbewusst. Das mach ich, weil es eine Erinnerung an die Mutterchen ist. und Vaterchen und Omi. Und dann so Monika, unsere Schwester. Und Peter, brauchst du mich heute noch? Einen Moment. So. Nein, ihr könnt fahren. Bis morgen. Okay, tschüss, bis morgen. Schönen Abend. Dann noch viel Spaß, ne? Viel Spaß. Bis morgen, Kleiner. Bis morgen, Peter. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. So, doppelt hält besser. Ah. Sieht gut aus. Die gute Butter bringt einen schönen Geschmack auch noch dazu. Welche haben Angst wegen den Kalorien? Blödsinn. Es wurde bewiesen, dass Fett bei manchen Leuten überhaupt nichts ausmacht. Wenn sie nicht das Fett gegessen haben, haben sie mehr zugenommen als abgenommen. Umgekehrt, wo sie es genommen haben, haben sie abgenommen. Nur das dauert unwahrscheinlich lange. Sie können schon etwas reintun? Peter kommt ins Grübeln. Er hat erst zwei der fünf Rotkohlköpfe kleingeschnitten. Dafür hat er über eine halbe Stunde gebraucht. Das dauert mir viel zu lange. Wir sind doch moderne Menschen. Wir sind doch nicht mehr... Alle haben dicke Maschinen. Alle fliegen am Mond hoch schon oder durch die Luft. Irgendwann wollen wir nicht etwas modernisieren. Ist ja kein Betrug. Ist nur Verbesserung. Uwe und Günther sind bereits zu Hause und Manni sieht in seinem Zimmer fern. Im Schutze der Nacht wagt es Peter, mit der Familientradition zu brechen. So, das ist die ideale Idee. Der ist fertig. So, ich bin ja nicht blöde. Oh, der sieht besser aus. Die merken das nicht manchmal. Während Essen schmeckt ihnen genauso gut. Wenn sie die guten Nudeln schon nicht mehr mögen. Ich bin ein moderner Mensch. Was soll ich das nicht machen? Das kapieren die so und so nicht. Wenn die schmecken, schmeckt es ihnen genauso gut. Oh, der sieht gut aus. Fantastisch. Siehst du, der kocht nicht mehr so viel ein. Ist ja noch nichts dran. Den Geschmack gibt man erst. Das ist hundertprozentig. Ich kriege ja nicht aus dem Mehl sofort einen Kuchen. Ich muss ihn auch erst machen. Logische Sache, gell? Und so ist das nur das Grundnahrungsmittel. Jetzt, dass es nicht auffällt, werden die scheiß Gläser weggeschmissen. Peter? Ja, Manni? Morgen ist Weihnachten. Und die Sabine hat uns ja gesagt, die will uns eine Überraschung machen. Da gibt es so Geschenke. Das wissen wir doch gar nicht. Ja, aber richtig Spaß, dass Weihnachten morgen ist, Peter. Manni, ich freue mich. Ich freue mich ja. Warte ab, was es gibt. Ja. Aber schlaf jetzt endlich, Manni. Gute Nacht, Peter. Gute Nacht, Manni. Der Weihnachtstag. Gans und Pute müssen ausgenommen und gefüllt werden. Manni hilft Peter, wo er kann. Na, ist schon frisch. Ich will kein altes Gammelfleisch haben. Erdmannhäuser im Fernsehen, alles immer. Meine Mutter hat nur eins immer gemacht als Tradition, den alten Hintern da hier ab. Und wer hat denn früher immer gegessen? Der Uwe. Ach, der Uwe? Ja. Ja? Der Uwe jetzt nicht gerne. Unappetitlich im Hintern, aber weg damit in diesen... Einen Fehler haben wir gemacht. Kennst du einen guten Trick, was man mit Zwiebeln macht, dass es dann nicht die Augen brennt? Ja. Normalerweise tut man sie einen Tag vorher in den Kühlschrank. Dann tun die Augen nicht Tränen. Du weißt eins nicht. Die Tränen, die was du jetzt kriegst, sind Freudentränen, weil der Herr Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Seid ihr zufrieden. Jetzt setzen wir das System an, was die Mutter gemacht hat. Ich kriege den Beutel nicht rein. Total gefroren. Man sieht. Hört man. So, einmal rein. Ein paar Sekunden abwarten. Fantastisch. Was heißt das, was er alles macht, gell? Ja, die Mutter ihre Kochsachen sind schon gut. Die Abendviecher tun mir leid. Aber ich habe auch Hunger. Einmal tut sie mir leid. Und ein Glück weiß ich nicht, der ihr Namen. Langsam komme ich schon rein. Das ist wie mir wegen dem Tierarzt. Eine Geburt helfen. Wie ist die Temperatur von dem? Total abgekühlt. Nicht gut. Kannst du irgendwas noch machen? Nee, das Kind kann ich nur rausholen. Der Kopf kommt schon raus. Der Hals. Fantastisch. Weihnachtliche Geburt machst du. Der hat einen schönen Hals. Einen wunderschönen. Guck mal hier. Da oben hing der Kopf. Und das was unter uns kommt. Guck mal, ein Alien. Das ist das. Sieht auf wie ein Alien. Das sieht ja fast wie von Alien was aus. Brauchst du nur einfach nehmen und dann noch ein Suppensum. Den schmeiße ich hier rüber. Ich muss ja hier nochmal gucken, ob da noch was drin ist. Dann guck mal nach rein. Wie ein Überraschungsfall. Da muss irgendwas sein. Da muss die Leber, Herz, Mieren, Magen. Das ist alles drin. Finger aufpassen. Du schneidest zu dicht an die Finger. Man schneidet immer vom Körper weg und nicht den Körper hin. Ein Finger weg ist nicht ganz schlimm. Man hat zehn, zwölf Finger. Guck mal nach, ob das Herz muss drin sein. Das Herz schmeckt gut. Da ist die ganze Liebe. Ja, da kommen die raus. Die Leber. Die Leber ist nicht so gesund. Da sind die ganzen Schadstoffe drin. Armes Tier. Das wird geschafft. Das ist ein bisschen fertig. Ja. Jetzt kannst du dir etwas ausruhen. Nochmal Dankeschön für die Hilfe zu Weihnachten. Bitte, ich helfe Uwe. Geh die Jungs hin und hilf dir mal etwas. Okay, mach ich. Dass sie nicht einschlafen. Bis nachher. Bis nachher. Uwe. Mhm. Aufstehen, sie gehen mal draußen. Kommt das vor. Muss man auch noch wecken, Mann. Ach komm. War gerade so schön am Licken. Ja, komm. Geh mal raus. Ach komm, lieber Uwe. Viel Spaß. Endlich. Das hat die Mutterchen auch immer gerne gemacht. Ich habe sie richtig füllen lassen. Da hat sie gezeigt, wie das geht. Die hat ja gesagt, ich soll es auch lernen. Man weiß ja nicht, was geschieht. Wir leben nicht ewig. Das haben wir ja nicht geglaubt. Ich lasse auch meine Eltern nichts kommen. Und die Eltern sind für mich immer da. Wenn ich normal geboren werde, nehme ich sie normal als Eltern. Immer wieder. Ohne zu fragen. So. 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 Da kommt man waschen. Das sieht. Braut nicht alles mitbekommen. Tun wir nachher mit überraschen. Ach, der kriegt das sowieso nicht mit. Dann tun wir auch und Peter seinen Double, seinen Doppelgänger da oben auf dem Dach drauf. Ach, Manfred. Das kriegt er sowieso nicht mit. Was sagst du denn? Der liegt bestimmt wieder auf den Schuh, so am Schnarcher, so wie ich es kenne. Jetzt mal gucken, was da überhaupt drin ist. Oh, da ist ja ein Haufen Zeug drin. Was ist denn da? Von der Freundin geschenkt bekommt. Die kommt nun mal in die Wiese. Machen wir ja mal noch große Dinge da auf. Peter schiebt die Gans in die Röhre. Jetzt müssen sich Manni und Uwe beeilen, damit ihre Überraschung nicht auffliegt. Oh, schön. Heiligabend bei den Ludolfs im Westerwald. Die Brüder sind im Weihnachtsstress. Peter bereitet den Gänsebraten zu. Uwe und Manni tüfteln an einer kleinen Überraschung für ihren Bruder. Oh, da steht da verkehrt rum am Fressen. Ach, ist das der Kopf, das grüne Ding? Alle, ihr seid nicht. Da ist der Sack. Komm, armer Weihnachtsmann, ich helfe dir. Der hat sogar eine schöne Hand. Ja. Aber die Nase, die ist noch nicht da. Der ganz lieber Weihnachtsmann. Er kommt, er kommt, ja. Alle Säckchen ist aber voll. Manfred hat reichlich Geschenke dabei, was? Ja. Lassen wir uns mal überraschen, was da rauskommt gleich. Ach, los, Kinder. Das war so viel Arbeit. Ja. Die ganzen Vorbereitungen, das Essen und alles. Das war so vieles, gell? Ja. Der Adventskens, der sieht ja wirklich schön aus mit den Kerzen drauf. Ja. Habt ihr schön alle vier schon angemacht. Ja, Uwe hat eine vorgestern, aber haben wir alle vier angemacht. Ja, heute ist er auch erst. Eben. Drehst du mir aber bitte den kleinen Weihnachtsmann herum, den grünen? Kein Problem. Und nicht anmachen. Fantastisch. Frau Skinder, ich habe so viel zu tun gehabt. Ich will ein wenigstens mal so fröhlich sein, weil ich jetzt relaxen will, mir ausruhen. Und wenn ich gleich aufwache, will ich eine schöne Nase und alles sehen, gell? Das stört nicht. Das Ding auch nicht anmachen, gell? Okay, dann pro relaxen. Hab ich mal in Ruhe. Auch deine Nase. Ja. Ach.